Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Theorie der Willensfreiheit. Im letzten Vorlesungsteil haben wir Kompatibilismus im Stil von Harry Frankfurt kennengelernt und dort wird Willensfreiheit ja bestimmt als so eine gewisse Hierarchie in unserer Wunschbewertung und Wunschbildung. Da heißt Willensfreiheit nämlich, dass ein Wunsch zweiter Ordnung, genauer eine Vodition, einen Wunsch erster Ordnung, genauer meinen Willen bestimmt. Das ist ein mentalistisches Modell. Willensfreiheit gilt hier als eine reflexive Struktur meiner Willensformung, als so eine psychische Kohärenz und Effektivität in mir. Und das ist ein wichtiges Modell, das liefert eine attraktive Deutung von Willensfreiheit, denn jetzt kann sie eben erscheinen als wollen können, was man will. Und zwar ohne, dass dabei eine Tautologie oder ein Regress entsteht. Denn ich trenne diese beiden Ebenen von wollen, deshalb ist das keine Tautologie und ich beschränke mich auf diese beiden Ebenen, dann habe ich keinen Regress. Das Modell hat allerdings auch so seine Probleme. Nicht zuletzt, es benennt eben eine rein kausale Struktur. Da ist kein nicht kausales Element drin und da erfüllt es nicht die Bedingung, dass Willensfreiheit vielleicht heißen sollte, nicht nur kausal, sondern auch irgendwie autonom bestimmt zu sein. Heute werden wir jetzt kennenlernen, Kompatibilismus im Stile von Wilfried Sellers. Und hier wird Willensfreiheit jetzt definiert als Entscheiden und Handeln im Raum der Gründe. Das ist jetzt ein rationalistisches Modell. Willensfreiheit wird hier jetzt verstanden als Orientierung an rationalen Strukturen, an Gründen unterschiedlichster Art. Und das könnte jedenfalls das Problem von Frankfurt beheben. Denn Gründe, anders als Wünsche, sind womöglich keine mentalen Entitäten, womöglich keine kausalen Größen. Die könnten also etwas nicht kausales ins Spiel bringen, das wir vielleicht für Willensfreiheit brauchen. So, dieser Wilfried Sellers ist jetzt ein neuer Gesprächspartner für uns. Er mag auch ein bisschen überraschen, denn der ist eigentlich gar nicht primär in der Willensfreiheitsdebatte unterwegs. Und den vielen Einführungen würde der gar nicht auftauchen. Der ist vor allen Dingen unterwegs in der Erkenntnistheorie und in der Philosophie des Geistes. Und ein berühmter Essay von ihm heißt entsprechend Empiricism and the Philosophy of Mind von 1956. Und wie der Titel schon sagt, da geht es um Erkenntnistheorie und Philosophie des Geistes. Aber dieses kleine Buch ist für viele Kompatibilisten eine sehr wichtige Quelle, wenn nicht sogar ihre Bibel, um Willensfreiheit zu erklären. Darin kommt nämlich diese berühmte Formulierung vor von einem Space of Reasons. Und dieses Konzept, dieser Gedanke von einem Raum der Gründe, ist für viele Kompatibilistinnen und Kompatibilisten absolut zentral, um Willensfreiheit zu begründen. Das ist fast ihr heiliger Graal. Und deshalb schauen wir uns das heute jetzt etwas genauer an. Wie der Titel schon sagt, also er möchte sich erst einmal darin mit Empirismus beschäftigen, mit klassischem oder modernem Empirismus. Und nach Sellers sind die durch zwei wesentliche Auffassungen charakterisiert. Zunächst einmal meinen die, Wissen ist immer eine Stufenfolge von etwas ursprünglich Gegebenem und etwas daraus Abgeleitetem. Wir haben zunächst so eine Basis von nicht-inferenziellem Wissen. Das heißt, einem Wissen, das weder aus anderem Wissen folgt, noch sonst wie von anderem Wissen abhängig ist, sondern uns eben direkt gegeben ist. Und dann haben wir eine Erweiterung zu inferenziellem Wissen, das von dieser Basis aus gewonnen wird, das daraus abgeleitet wird, in höhere Bereiche vorspüßt. Zum Beispiel, wir haben eine erste fundamentale Wissensebene aus unmittelbaren Sinnes gehalten, aus konkretem Beobachtungswissen. Und wir haben eine hieraus generierte zweite Ebene, in der sich etwa Wissen befindet von einzelnen, aber jetzt nicht direkt Beobachteten, sondern indirekt erschlossenen Fakten. Oder Wissen um allgemeine Zusammenhänge in Form von Begriffen oder Gesetzen. Wissen erscheint also in diesem empiristischen Modell als ein hierarchisches System, das auf einer nicht begrifflichen, nicht propositionalen Grundlage aufruht, die aber epistemisch relevant ist, die kognitiv fruchtbar ist, sodass sie sich von dort aus in begriffliche, in propositionale Bereiche fortschreiben kann. Vor diesem Hintergrund, sagen Empiristen, können wir auch Wissenszustände verstehen und einteilen. Das heißt, die entsprechenden Bewusstseinszustände vernünftiger Wesen. Das sind nämlich jetzt entweder primäre Eindrücke, die durch die unmittelbare Wirkung von Gegenständen auf die Sinnesorgane erzeugt werden, oder das sind sekundäre Vorstellungen, die durch die weitere Verarbeitung dieser Eindrücke im Geist hervorgebracht werden. Also Wissenszustände sind immer solche Produkte dieser weiten Mechanismen und damit sind sie vollständig empirisch beschreibbar und kausal erklärbar. Das heißt, solche empiristischen Theorien bewegen sich immer auf zwei philosophischen Ebenen, auf der Erkenntnistheorie und in der Philosophie des Geistes. Und sie vertreten dort Auffassungen von Wissen bzw. Wissenszuständen, die eng miteinander zusammenhängen. Und tatsächlich, wenn sie empiristische Schriften lesen, finden sie das. Zum Beispiel, sie schauen sich den klassischen Empirismus des 17. und 18. Jahrhunderts an. Da sagen die Leute, es gibt primäre Wissenszustände, das sind Experiences, so heißt das bei Locke, oder Impressions, bei Hume, die entstehen durch Wirkungen der Gegenstände auf die Sinnesorgane. Das wird auch sehr mechanistisch gedacht, also da drücken die Gegenstände auf die Sinnesorgane und die Nerven leiten das weiter nach innen. Und dann gibt es sekundäre Wissenszustände, das sind die Ideas, und die werden nach gewissen Gesetzen durch die weitere Verarbeitung dieser Eindrücke hervorgebracht. Und das wird auch recht mechanistisch gedacht. Ja, da gibt es so Gesetze der Assoziation und Kombination. Dadurch entstehen dann diese höheren Wissensebenen. Oder schauen Sie sich den logischen Empirismus des 20. Jahrhunderts an, des frühen 20. Jahrhunderts. Da macht man sich Gedanken darüber, wovon gehen die Wissenschaften eigentlich aus? Und die sagen, ja, das ursprüngliche Fundament der Wissenschaften, das sind zum Beispiel Konstatierungen, so hat das Schlick genannt. Oder Protokollsätze, so nennt das Neurad. Und die halten unmittelbar Gegebeneswissen fest. Etwa, da ist ein heller Blitz. Und hieraus werden dann induktiv die erst eigentlich begrifflich durchgearbeiteten, die propositional verfassten Wissenssysteme gewonnen. So, dass wir dann zum Beispiel sagen können, das liegt an einer elektrischen Entladung. So, also so sind diese empiristischen Positionen tatsächlich gebaut. Und Sellers ist damit überhaupt nicht einverstanden. Er sagt, zunächst einmal Wissen können wir nicht über diesen empiristischen Mythos des Gegebenen verstehen. Und auch nicht über irgendeinen anderen Fundamentalismus, der mit so einer gegebenen Basis anfängt und daraus Erweiterungen ableiten will. Sellers sagt, es gibt kein Wissen, das einerseits unmittelbar gegeben, das heißt unabhängig von sonstigem Wissen wäre, zugleich aber epistemisch grundlegend, das heißt maßgeblich für nachfolgendes Wissen werden könnte. Wissen ist kein hierarchisches System aus gegebenem und abgeleitetem. Wissen ist für Sellers immer ein korreliertes Netzwerk von wechselseitig aufeinander verweisenden und immer schon sprachlich verfassten Propositionen. Und vor diesem Hintergrund sind auch Wissenszustände, also etwa Gedanken oder Überzeugungen, erst richtig zu verstehen, wenn man sie als Erscheinungen und Bestandteile im Raum der Gründe, im Space of Reasons begreift. Das sind Gegenstände möglicher Rechtfertigung, in einem Bezugsrahmen geeigneter Begründungsregeln. Und als solche sind die letztlich nur logisch charakterisierbar, nur rational erfassbar. Da schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an, um das zu verstehen, und zwar auf beiden Ebenen. Erstmal auf der Ebene der Erkenntnistheorie. Worum es Sellers hier geht, ist, es gibt keine Erfahrungsgehalte, die zum einen gegeben, nicht inferenziell sind, also weder aus anderem Wissen gewonnen werden, noch sonst wie durch anderes Wissen bedingt sind, die zum anderen aber jetzt epistemisch relevant und kognitiv fruchtbar sein könnten, also nachgeordnetes inferenzielles Wissen liefern könnten. Er meint, epistemische, kognitive Gehalte, das heißt Wissen, kann nicht aus nicht-epistemischen, nicht-kognitiven Gehalten gewonnen werden, sondern immer nur aus anderen epistemischen, kognitiven Gehalten, das heißt aus anderem Wissen. Jedes Wissen aber ist immer schon begrifflich, immer schon propositional verfasst und damit seinerseits unweigerlich in andere epistemische Gehalte, in wieder anderes Wissen eingebunden. Genauer meint er, es gibt sicherlich so etwas wie bloße Sinnesgehalte, zum Beispiel den Sinneseindruck eines roten Buchs. Die sind in der Tat nicht begrifflich, nicht propositional. Sowas kann auch ein Tier haben, sowas kann ein Säugling haben, der sicherlich noch über keine Begriffe verfügt und der auch keine Propositionen formuliert. Die sind in der Tat damit auch unabhängig von anderem Wissen. Die sind in der Tat gegeben, nicht inferenziell. Aber die sind eben deshalb auch nicht epistemisch geartet, nicht kognitiv relevant. Das heißt, die sind kein Wissen und sie begründen auch kein Wissen. Insbesondere nicht das Wissen, dass dort ein rotes Buch ist. So ein Wissen setzt begriffliche Einlassungen voraus. Sie müssen die Begriffe haben, dort rot Buch. So ein Wissen hat propositionale Gestalt. Es ist eine Behauptung, dass etwas der Fall ist. Das ist die propositionale Gestalt. Und damit ist es unauflöslich in anderes, begriffliches, propositionales Wissen verflochten. Etwa das Wissen, was ein Buch ist. Das müssen sie dafür schon wissen. Es ist weit davon entfernt, einfach gegeben, gänzlich nicht inferenziell zu sein. Das gilt schon für jedes Wahrnehmen. Etwa sehen, dass dort ein rotes Buch ist. Schon das beruht auf begrifflichen Einlassungen. Schon das hat propositionale Gestalt. Es verwendet die Begriffe dort rot Buch. Es drückt sich als sprachliche Proposition aus, dass dort ein rotes Buch ist. Und damit ist es in ein umfassendes Wissensgeflecht eingebunden, das eben diese Konzepte und Formen bereithält. Nur so kann es selbst ein Wissen sein. Und nur so kann es anderes Wissen begründen. So ein Wissen, so ein Sehen, dass dort ein rotes Buch ist, mag also bestimmt gelegentlich als relevante Grundlage für anderes Wissen fungieren. Das kann schon sein. Ich kann daraus ableiten, dass Sie mein Buch geklaut haben. Aber es kann nicht generell die autarke Basis für anderes Wissen sein. Das heißt, ein Bestand, der alles relevante Wissen in dieser Sache ganz allein hervorbringt und seinerseits gar nicht mehr auf sonstige Formen von Wissen angewiesen wäre. Das kann nicht sein. Es ist sicherlich manchmal Ausgangspunkt für die Rechtfertigung von anderem Wissen, aber es ist immer auch Gegenstand der Rechtfertigung durch anderes Wissen. Das ist die Grundidee. Und in der Philosophie des Geistes, wie sieht es da aus? Nun, Sellers ist jetzt kein Behaviorist. Also der sagt nicht, es gibt keine Bewusstseinszustände. Es gibt Bewusstseinszustände, man kann sie auch als innere Episoden bezeichnen und der Betroffene hat vielleicht sogar einen privilegierten Zugang zu ihnen. Das gesteht er alles zu. Allerdings er glaubt wieder nicht, dass solche Bewusstseinszustände gegebene Entitäten sind, die sich unmittelbar und vollständig der Introspektion des Ich erschließen. Das heißt in der rein subjektiven Selbstwahrnehmung. Sellers würde sagen, das sind eher theoretische Entitäten, die man zur Erklärung von Verhalten einführt, um sie dann auch für aber ursprünglich intersubjektive Selbstberichte zu verwenden. Also etwas wie Angst oder Schmerz, das sind für ihn eher theoretische Entitäten, die wir benutzen, um Verhalten zu erklären. Es gibt sie in diesem Sinne schon, aber die sind eben auch intersubjektiv begrifflich propositional aufgehängt. Genauer, es gibt sicherlich wieder so etwas wie Eindrücke, Empfindungen, Gefühle als unmittelbare Erfahrungen. Das gibt es. Die sind nicht sprachlich geartet. Die sind nicht linguistisch verfasst. Deshalb können die auch rein kausal beschrieben werden. Als Wirkungen, als Ursachen. Aber das sind damit eben auch keine Wissenszustände. Und sie können auch keine Wissenszustände erzeugen. Die sind nicht begrifflich propositional, nicht epistemisch kognitiv verfasst. Und genau deshalb können sie auch nicht begrifflich propositional, nicht epistemisch kognitiv relevant werden. Das können erst so etwas wie Gedanken oder Beobachtungen oder auch Wahrnehmungen, auch jedes Sortieren, auch jedes Wiedererkennen, die können epistemisch geartet sein, die können kognitiv wirksam werden. Das heißt, die können Wissenszustände darstellen und Wissenszustände hervorbringen. Aber die sind eben auch sprachlich beschaffen, die sind linguistisch verfasst. Auch wenn man sie nicht immer explizit verbal ausdrückt. Und damit können diese Bewusstseinszustände eben als Wissenszustände nur als Elemente im Raum der Gründe angemessen erfasst werden. Ja, das ist die Idee. Und wie gesagt, in diesem Essay diskutiert er das Problem der Willensfreiheit überhaupt nicht. Aber die Anwendung dieser Idee auf das Problem der Willensfreiheit liegt irgendwie auf der Hand. Denn wenn wir Sellers damit glauben, dann sind wahrscheinlich nicht nur Wissen oder Wissenszustände allein im Raum der Gründe angemessen zu verstehen. Dann sind vielleicht auch Entscheidungen und Handlungen nicht oder zumindest nicht nur als Ereignisse im Raum der Ursachen zu begreifen, sondern müssen ebenfalls stattdessen oder zumindest auch als Vollzüge im Raum der Gründe gefasst werden. Dann geht es vielleicht um andere Gründe. Bei Wissen werden es irgendwie theoretische Gründe sein, vor allen Dingen epistemische Gründe. Bei Handlungen sind es dann eben praktische Gründe, vielleicht moralische, aber auch nicht nur. Aber in jedem Fall ist der Raum der Gründe jeweils verschieden vom Raum der Ursachen. Gründe sind nicht kausale Größen, sondern rationale Größen. Gründe unterliegen nicht der Schwerkraft. Gründe wirken nicht elektrodynamisch. Und wenn wir ihnen folgen, könnte uns das freimachen. Negativ frei von bloßer Kausalität, positiv frei zur echten Autonomie. Denn dann sind wir eben nicht nur kausal, sondern auch autonom bestimmt. Und in anderen Schräften macht Sellers durchaus ein paar Bemerkungen zur Willensfreiheit. Die gehen teilweise in diese Richtung, teilweise berühren sie andere Themen. Aber immer ist deutlich, Sellers ist Kompatibilist. Zum Beispiel Sellers verteidigt Anders handeln können, anders wollen können, im Stile der konditionalen Analyse. Was ja seit Moore eine Option für Kompatibilismus ist, wenn auch vielleicht nicht die beste. Das macht er sehr akribisch, auch sehr formalistisch und irritierenderweise ohne Moore überhaupt zu erwähnen. Er deutet einen Perspektivendualismus an, der ja auch häufig im Kompatibilismus vorkommt. Er spricht von lebensweltlichem Menschenbild, das ist das Manifest Image of Man in the World, und von wissenschaftlichen Menschenbild, dem Scientific Image of Man in the World. Beide Menschenbilder können sie auf den Menschen anwenden und dem einen erscheint er als frei und dem anderen eben als determiniert. Perspektivendualismus. Vor allem aber auch er hebt an ein paar Stellen hervor, dass eben nicht nur Gedanken und Wahrnehmungen, sondern auch Intentionen und Volitionen logisch-rationalen Strukturen folgen, statt jetzt nur psychisch-kausalen Faktoren zu unterliegen. Das heißt, auch Intentionen, Volitionen und damit Entscheidungen und Handlungen sind angemessen, allein im Raum der Gründe zu begreifen, statt einfach nur als Wirkungen von Ursachen. Und deshalb, das ist eine attraktive Idee, so ein Gründekompatibilismus. Und das machen viele Leute. Das machen viele. Manchmal beziehen die sich explizit auf Sellers, manchmal nicht. Die wichtigste Unterscheidung ist eigentlich, genügen denen für Willensfreiheit wie Sellers irgendwelche Gründe? Oder glauben die, es müssen schon spezielle Gründe sein? Insbesondere gute Gründe oder vielleicht moralische Gründe? John Martin Fischer, von dem wir ja gleich noch sehr viel hören werden, der gehört dazu. Der bezeichnet sich selber genauer als Semi-Kompatibilist. Das ist aber nur eine leichte Nuance gegenüber einem üblichen Kompatibilismus. Das wird meist auf die Formel gebracht, also Willensfreiheit ist tatsächlich inkompatibel mit Determiniertheit. Aber Verantwortlichkeit ist kompatibel mit Determiniertheit. Das ist die übliche Definition von Semi-Kompatibilismus. Da werden also Willensfreiheit und Verantwortlichkeit getrennt. Willensfreiheit ist nicht kompatibel mit Kausalität. Verantwortlichkeit ist kompatibel mit Kausalität. Wenn man genauer hinschaut, sind bei Fischer die beiden Konzepte aber auch nicht ganz scharf getrennt. Was er sagt ist, anders handeln können ist nicht mit Determiniertheit verträglich. Das ist akribisch nachgewiesen, etwa durch von Inwagen. Und Fischer fügt auch noch einige ausführliche Argumente hinzu. Das heißt, eine Freiheit des Anders-Handeln-Könnens, die ist in der Tat nicht mit Kausalität kompatibel. Also in diesem Sinne von Freiheit haben wir keine Kompatibilität. Es gibt keine Freedom to do otherwise. Verantwortlichkeit aber braucht kein Anders-Handeln-Können. Das sieht man an den Frankfurt-Cases, die Fischer nachdrücklich diskutiert und ihre Botschaft verteidigt. Das heißt, eine für Verantwortlichkeit relevante Freiheit ist vielleicht durchaus mit Kausalität kompatibel. Also in diesem Sinne von Freiheit besteht vielleicht allemal Kompatibilität. Es gibt vielleicht sehr wohl eine, es schreibt, Freedom required for moral responsibility. Und jetzt fragt man sich, was genau brauchen wir da jetzt für die Verantwortlichkeit bzw. für Willensfreiheit in diesem Sinne? Was ist dafür notwendig und hinreichend? Ja, und er sagt, Reasons Responsiveness. Das heißt, Empfänglichkeit für Gründe, Resonanz für Gründe im Entscheiden und Handeln. Und die ist eben mit Kausalität verträglich. Sie können durch Gründe bestimmt werden, während sie gleichzeitig durch Ursachen bestimmt werden. Das muss sich nicht beißen. Deshalb haben wir einen Kompatibilismus oder eben Semi-Kompatibilismus. Und wie bei Sellers, die Gründe werden nicht erkennbar eingegrenzt, müssen nicht moralische Gründe sein oder so. Stuart Hampshire kommt auch aus der analytischen Tradition, genauso wie Sellers. Der hat eine interessante Idee. Der sagt, ich kann wissen, was ich morgen tun werde, wenn ich eine entsprechende feste und eindeutige Absicht habe. Das ist genauso sicher und unmittelbar, wie ich wissen kann, was ich gestern getan habe, wenn ich eine entsprechend feste und eindeutige Erinnerung habe. In beiden kann ich mich natürlich gelegentlich täuschen. Absichten sind manchmal wankelmütig, Erinnerungen sind manchmal unzuverlässig. Aber in beiden Fällen kann ich es auch wissen. Und dabei mache ich jeweils keine kausale Aussage. Insbesondere mein Wissen von eigenen künftigen Handlungen ist nicht eine Frage der Vorhersage oder der Ableitung. Ich deduziere nicht meine morgigen Absichten aus meinen heutigen Absichten. Es ist eine Sache der Kundgabe, einer Entscheidung. Ich unterstelle damit meiner Absichten bestimmten Gründen. Wenn ich zu Ihnen sage, ich helfe Ihnen morgen beim Umzug, dann ist das keine Vorhersage, keine Prädiktion, keine Prediction von Wirkungen aus Ursachen. Es ist ein Versprechen, das eine Ankündigung ist, ein Announcement, dessen Sicherheit oder Unsicherheit in den Gründen meines Handelns liegt. Das heißt, meine Gewissheit bezüglich einer eigenen künftigen Handlung wurzelt nicht in einer Vorhersage aus entsprechenden Belegen, wie die Gewissheit bezüglich irgendeines externen Geschehens. Sie wurzelt in meine Bekenntnis zu Gründen und darin liegt meine Freiheit nach Hampshire. Wieder wie bei Sellers keine Eingrenzung der Gründe. Georg-Henrik von Brecht geht auch in die Richtung. Er sagt, eine Entscheidung oder Handlung ist frei, wenn sie durch Gründe bestimmt ist und damit entsprechend auch durch Gründe erklärt werden kann. Das heißt, durch eine Reason Explanation oder eine Understanding Explanation. Sie mag zudem auch durch Ursachen bestimmt sein. Es mag zugleich auch eine kausale Erklärung geben, aber das stört nicht. Deshalb ist das wieder ein kompatibilistischer Ansatz. Dann haben wir eben beides. In diesem, das ist ein Vortrag von ihm, das ist eine Tanner Lecture, da ist er also eindeutig ein Kompatibilist aus diesem Lager. Es ist ganz witzig, in anderen Schriften hat er auch durchaus libertaristische Züge. Und das will ich Ihnen auch mal kurz schildern, weil das ganz interessant ist. Da begründet er Willensfreiheit über eine interventionistische Kausaltheorie. Da ist er Mitbegründer. Er ist einer dieser Interventionisten. Und interventionistische Kausaltheorien sagen ja, eine Ursache ist das, was sie tun, um eine Wirkung herbeizuführen. Das ist immer deren Verständnis von Ursache-Wirkung. Ursache ist das, was sie tun. Wirkung ist das, was sie herbeiführen. Das logische Verhältnis beider kann dabei symmetrisch sein. Es kann sein, dass die Ursache notwendig oder hinreichend oder beides ist für die Wirkung. Aber die Wirkung kann ihrerseits notwendig oder hinreichend oder beides sein für die Ursache. Jetzt fragt man sich, woher kommt dann die Asymmetrie? Das ist ja ein Unterschied zwischen Ursache und Wirkung. Eine typische Idee ist, naja, die Asymmetrie kommt aus der Zeit. Also die Ursache ist eben das, was vor der Wirkung liegt. Aber er sagt, das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund für die Asymmetrie ist eben, die Ursache ist das, was sie tun. Und die Wirkung ist das, was sie herbeiführen. Das ist die Asymmetrie zwischen beiden. Es kann daher grundsätzlich auch Retro-Kausalität geben. Eine Ursache kann nach der Wirkung liegen. Holla. Ein Beispiel, eine Basic Action. Das ist typischerweise eine Körperbewegung. Ich hebe meinen Arm. Das ist das, was ich tue. Das ist also eine Ursache. Etwa für einen nachfolgenden Effekt. Dann öffnet sich eine Luke. Das ist in Ordnung. Das ist das, was ich herbeiführe. Das ist die Wirkung. Wenn jetzt aber ein Neurowissenschaftler daherkäme und zu mir sagt, Herr Hübner, kurz vor Ihrem Armheben habe ich entdeckt, da war ein neuronaler Impuls in Ihrem Gehirn und der war tatsächlich notwendig oder auch hinreichend für Ihr Armheben, dann sollte ich nach von Richt sagen, dann war das ebenfalls ein Effekt. Denn es bleibt dabei, das, was ich tue, die Ursache, ist mein Armheben. Und alles andere, was damit notwendig oder hinreichend verknüpft ist, muss etwas sein, was ich herbeiführe, nämlich die Wirkung. Selbst wenn die Wirkung vor der Ursache liegt. Steile These, aber das macht er. Und der Effekt ist eben, dadurch ist meine Handlung immer in der Position der Ursache in dieser Dublette. Sie ist nie in der Position der Wirkung. Und deshalb bin ich frei. Das ist dann klarer Libertarismus. Das ist auch verdammt nah an Akteurskausalität. Da gibt es noch kleine Differenzen, aber das ist verdammt nah daran. Gut, so oder so, in dieser Tenner Lecture macht er es so über die Gründe und da grenzt er sie auch wieder nicht erkennbar ein. Genau wie Sellers, es geht nicht um moralische oder gute Gründe. Auch bei Tim Scanlon ist das so, der sagt, Freiheit, Verantwortlichkeit gründet darin, dass Entscheidungen und Handlungen durch Gründe geleitet sind, beziehungsweise dann durch Gründe erklärbar sind. Das ist auch seine Definition von Willensfreiheit. Susan Wolff. Ja, die erklärt Willensfreiheit, Verantwortlichkeit auch über Handeln aus Gründen. Und deshalb hat sie auch kompatibilistische Züge. Aber sie hat eine gewisse Besonderheit und dadurch kommen bei ihr auch wieder interessanterweise libertaristische Elemente rein. Denn bei ihr liegt Willensfreiheit, Verantwortlichkeit nur vor, wenn man die richtige Sache aus den richtigen Gründen tun kann. Damit droht ein Problem. Jetzt könnte es passieren, dass dann der Freie ja immer gut ist, weil er die richtige Sache aus den richtigen Gründen tut, wenn er frei ist. Umgekehrt, der Böse immer unfrei ist. Denn er macht ja auch mal nicht die richtige Sache aus den richtigen Gründen. Das hieße, dann könnte niemals jemand verantwortlich gemacht werden für etwas Schlechtes. Das wäre ein Problem. Das wird hier natürlich vermieden, weil sie sagt, ja, Willensfreiheit, Verantwortlichkeit besteht in der Fähigkeit, die richtige Sache aus den richtigen Gründen zu tun. Und diese Fähigkeit kann ja auch der Böse haben. Jetzt genügt sie aber natürlich nicht so eine bloße Fähigkeit im Sinne von Moores konditionaler Analyse. Sie sagt, na, da brauchen wir jetzt schon so ein echtes Andershandeln können, Anderswollen können für den Bösen. Echte Möglichkeiten, eigene Möglichkeiten. Und dadurch entsteht jetzt in ihrer Theorie eine Asymmetrie, die sie auch durchaus hervorhebt. Der Gute muss nämlich nicht anders handeln können, um frei zu sein. Denn er tut ja die richtige Sache aus den richtigen Gründen. Also hat er offenbar auch die Fähigkeit dazu, die richtige Sache aus den richtigen Gründen zu tun. Der Böse aber muss anders handeln können, um frei zu sein. Denn er tut ja gerade nicht die richtige Sache aus den richtigen Gründen. Aber er muss trotzdem die Fähigkeit dazu haben, wenn er frei sein soll. Und da genügt ihr eben jetzt nicht so kompatibilistisches Andershandeln können, dieses ganz bescheidene, entlang der konditionalen Analyse, sondern sie sagt, da brauchen wir jetzt libertaristisches Andershandeln können, echte eigene Möglichkeiten. Gut, das handelt sie sich damit ein, durch diese Eingrenzung auf gute Gründe. Und andere grenzen auch auf gute oder moralische Gründe ein. Das ist nicht so selten. Die lösen das Problem dann nicht genau wie Sie, aber jedenfalls sagen Sie auch, es sind die guten Gründe. Zum Beispiel R.J. Wallace sagt, moralische Verantwortlichkeit besteht in der Fähigkeit, moralische Gründe zu erfassen und eigenes Verhalten in deren Licht zu regulieren. Oder Abraham Melden. Willensfreiheit ist die Fähigkeit, nach rationalen bzw. moralischen Gründen zu entscheiden und zu handeln. Oder auch Jürgen Habermas, der sehr nah an Sellers rangeht, der zitiert gern dieses mit dem Raum der Gründe. Und er sagt, freie Handlungen beruhen auf einer motivationalen Bestimmung, ja, letztlich durch gute Gründe. In diesem Sinne muss der Raum der Gründe den subjektiven Geist strukturieren. So drückt er das aus. Okay, also das sind Gründekompatibilisten unterschiedlicher Couleur. Und wieder fragt man sich, ähnlich wie bei Frankfurt, wie neu ist das eigentlich? Also ich habe jetzt hier mit Sellers mal angesetzt. Aber natürlich kann man sich fragen, gibt es da nicht auch klassische Vorläufer? Und klar, die gibt es. Vor allen Dingen zwei ganz große Namen. Und der eine ist Kant. Das sollte einen nicht zu sehr wundern, denn ohnehin besteht zwischen Kant und Sellers eine gewisse Nähe. Auch Kant meint, aller Erkenntnis eignet eine begriffliche Struktur. Bloß sinnliche Gehalte können auch bei Kant nicht als Erfahrung, nicht als Wissen gelten. Das ist ganz ähnlich gebaut. Und auch Kant ist Kompatibilist. Und das ist wiederum tief in seiner Erkenntnistheorie verwurzelt. Nach Kant können Sie jedes Ding in zweierlei Perspektiven betrachten. Entweder als Ding in der Erscheinung oder als Ding an sich selbst. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Das ist ein und dasselbe Ding, nur eben unterschiedlich aufgefasst. Einmal können wir es so erwägen, wie es sich unserem Erkenntnisvermögen darstellen muss. Dann betrachte ich es als Ding in der Erscheinung. Und dann muss es uns immer räumlich, zeitlich und auch kausal erscheinen. Denn das sind nach Kant die subjektiven Formen unserer Erkenntnis. Und damit sind es Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass uns das Ding überhaupt erscheinen kann oder wir es erfahren können. Das ist die transzendentale Figur. Das sind Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass Sie eine Erfahrung machen. Und damit ist jede Erfahrung, jede Erscheinung so für uns geartet. Wir können dieses Ding aber auch so diskutieren, wie es unabhängig von unseren Erkenntnisbedingungen selbst sein mag. Eben als Ding an sich selbst. Aber da können wir jetzt nicht mehr voraussetzen, dass es räumlich oder zeitlich oder kausal sein muss. Denn nach Kant kann ich diese Strukturen eben nur als subjektive Formen unserer Erkenntnis rechtfertigen. Nicht als objektive Merkmale der Gegenstände selbst. Das heißt freilich, über das Ding an sich können wir gar nichts sagen. Denn alles, was wir davon sagen können, muss unseren Erkenntnisformen gemäß sein. Denn sonst können wir das eben gar nicht wissen. Also alles, was wir davon sagen können, kann immer nur das Ding in der Erscheinung betreffen. Gut, aber wir können sagen, da mag es auch ein Ding an sich selbst geben, was eben nicht kausal ist. Und dieses Schema können Sie auch auf Menschen anwenden. Und auch auf unsere Handlungen. Auch die können wir entweder als kausale Erscheinungen betrachten oder als Dinge oder meinetwegen Prozesse an sich selbst. Und in diesem Sinne haben wir hier einen Kompatibilismus. Entscheidungen und Handlungen sind nicht nur kausal, sondern auch frei. Je nach Perspektive. Jetzt kann man natürlich bei Kant weiterfragen, aber welche Bestimmungen unseres Handels lägen dann jeweils genauer vor? Und das führt uns in seine Ethik. Betrachten wir die Handlungen als Dinge in der Erscheinung, dann kommen dafür letztlich nur Neigungen in Frage. Das heißt psychische, mentale Ursachen. In dieser Perspektive sind sie kausal, stehen unter Naturgesetzen. Betrachten wir unsere Handlungen als Dinge an sich selbst, so könnten sie auch durch das moralische Gesetz bestimmt sein. Das ist nach Kant auch wirklich die einzige Alternative, die es gibt zur kausalen Bestimmung. Und in dieser Perspektive wären sie dann autonom. Da folgen sie dann dem Sittengesetz. Und wieder, das sind jetzt nicht verschiedene Handlungen. Das sind wieder nicht einander ausschließende Optionen. Das ist ein und dieselbe Handlung, nur in abweichender Perspektive. In diesem Sinne kann es sein, dass nicht nur Kausalität, also psychische Neigungen, sondern auch Autonomie, das heißt das moralische Gesetz, uns bestimmt. In dem Sinne ist dann ein und dieselbe Handlung nicht nur kausal, sondern auch autonom. Je nach Perspektive. Also ein Perspektiven-Dualismus. Und diese Alternative bringt auch Kant interessanterweise an einer Stelle auf die Formel Ursachen versus Gründe. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten lesen sie an einer Stelle folgendes. Alle Imperativen, alle Imperative, werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft, das ist das moralische Gesetz, zu einem Willen an, der seiner subjektiven Beschaffenheit nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird. Eine Nötigung. Dadurch tritt uns das Moralische als Nötigung entgegen, als ein Sollen, als ein, das sollst du tun. Sie sagen, dass etwas zu tun oder zu unterlassen gut sein würde. Allein sie sagen es einem Willen, der nicht immer darum etwas tut, weil ihm vorgestellt wird, dass es zu tun gut sei. Praktisch gut ist aber, was vermittelt es der Vorstellung der Vernunft mithin nicht aus subjektiven Ursachen, sondern objektiv, das heißt aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen als solches gültig sind, den Willen bestimmt. Also da haben sie auch bei ihm mal Gründe versus Ursachen. Das Zitat zeigt aber eben auch, dass bei Kant jetzt nicht irgendwelche rationalen Strukturen uns freimachen können, sondern wirklich nur das moralische Gesetz. Da steht gut drin und dieses für jedes vernünftige Wesen gültig, da spüren sie schon Universalisierungsgedanke gemäß kategorischem Imperativ. Damit hat er natürlich ein ähnliches Problem wie Wolf. Er hat jetzt schon dieses Problem, jetzt ist der Freie immer gut und der Böse dann immer unfrei. In einer späteren Schrift korrigiert er das, da sagt er nein, natürlich auch eine Entscheidung für das Böse ist frei, aber diese Lösung ist ein bisschen ad hoc. Also man weiß nicht genau, wie das jetzt sein kann, wenn doch eigentlich die einzige Alternative zur kausalen Bestimmung nach ihm das moralische Gesetz ist. Besser ist es wahrscheinlich, wenn sie von Anfang an sagen, es gibt eben gute und schlechte Gründe. Es gibt richtige und falsche Gründe. Dann haben sie das Problem nicht mehr am Hals, dann folgt der Böse eben im Zweifelsfall schlechten Gründen. Der zweite Klassiker hierhinter ist Wittgenstein. Auch nicht überraschend, da ist auch eine starke Nähe zu Sellers. Auch Wittgenstein wendet sich von der empiristischen Ausrichtung der frühen analytischen Philosophie ab und stattdessen hebt er die logischen Voraussetzungen jeglichen Wissens hervor. Seine unhintergehbare Eingebundenheit in sprachliche Rechtfertigungskontexte. Das ist eigentlich sehr, sehr Wittgensteinsch, was wir da bei Sellers haben. Und Wittgenstein gilt auch wirklich als Ahnherr der Unterscheidung Ursachen Gründe. Und auch er nimmt, wie Sellers, kaum zum Themenfeld Willensfreiheit Stellung. Dennoch deutet sich bei ihm ein Kompatibilismus an. Insbesondere ist auch bei ihm die Frage, ob wir jetzt von Ursachen oder von Gründen sprechen, wieder eine Sache der Perspektive. Jetzt genauer des Sprachspiels. Im ersten Fall, wenn wir von Ursachen sprechen, dann machen wir Aussagen zum Naturgeschehen, dann führen wir zur Stützung Erfahrungsbelege an. Wir formulieren Hypothesen, wir machen vielleicht Experimente. Das ist das Geschäft von Naturwissenschaftlerinnen bzw. mit Blick auf menschliches Verhalten von Psychologinnen. Im zweiten Fall, wenn wir von Gründen sprechen, dann geht es um das Verständnis von Rechtfertigungen, um die Einsicht in Argumentationen, um das Wesen von Regeln, um die Gültigkeit von Aussagen. Das ist das Gebiet der Philosophie bzw. in seiner speziellen Terminologie der Logik. Das gilt zum Beispiel für die Ästhetik. Wenn ich frage, warum ist dieses Bild schön, dann frage ich nicht nach einer psychologischen Ursache für eine Geschmacksregung, sondern ich frage nach dem ästhetischen Grund für ein Qualitätsurteil. Wenn ich ein Merkmal eines Kunstwerks rechtfertige oder kritisiere, wenn ich einen Grund für meine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit angebe, dann heißt das nicht, dass ich die kausalen Effekte des Kunstwerks aufliste. Es heißt, dass ich das Werk in Beziehung zu einem Standard, zu einem Ideal setze. Oder anderes Beispiel, Witzigkeit. Wenn ich einen Witz verstehe, heißt das nicht, dass ich unbewusste Ursachen für Heiterkeitsreaktionen aufdecke, so wie das Sigmund Freud meint, den Wittgenstein da heftig kritisiert. Ein Witzverstehen heißt nach Wittgenstein, dass ich zustimmbare Gründe für Witzigkeit ausmache. Wenn ich weiß, weshalb ich lache, dann nicht, weil ich plötzlich experimentell die bislang unbewussten Ursachen meines Lachreflexes aufkläre, so wie ich vielleicht entdecke, wie es funktioniert, wenn sie mich kitzeln, sondern weil ich die witzige Struktur des Witzes verstehe. Hier ein schönes Zitat von ihm dazu. Grund, also das verschiedene Art. Wir sprechen hier von der Grammatik der Wörter Grund und Ursache. In welchen Fällen sagen wir, dass wir einen Grund für eine bestimmte Handlung angegeben haben und in welchen Fällen, dass es eine Ursache war? Beantwortet man die Frage, warum hast du den Arm bewegt mit einer behavioristischen Erklärung, so hat man eine Ursache angegeben. Ursachen lassen sich durch Experimente entdecken, aber Gründe werden durch Experimente nicht ans Licht gebracht. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Experimenten wird das Wort Grund gar nicht gebraucht. Es ist sinnlos zu sagen, ein Grund sei mit Hilfe eines Experiments entdeckt worden. Die Alternative mathematischer Argumentation oder Erfahrungsbelege entspricht der Frage mathematischer Grund oder Ursache. Und da merken Sie, Wittgenstein ist nicht auf gute oder moralische Gründe festgelegt, so wie Kant. Die interessieren ihn in seiner Philosophie sowieso nicht besonders. Also der ist kein Ethiker. Bei ihm kommen auch Gründe aus anderen Bereichen in Frage. Mathematische Gründe, Gründe für Kunstwerke, Gründe für Witze. Also auch Rechnen und Komponieren und Humor macht frei. Das ist ja, das stimmt wahrscheinlich auch, das ist auch sehr angenehm. So, also jetzt haben wir so ein bisschen diesen Gründe Kompatibilismus kennengelernt mit modernen Formen und auch so den klassischen Vorgängern. Was sollen wir jetzt davon halten? Nun gut, das werden wir diskutieren. Für mich ist es natürlich so, wenn ich daran zurückdenke, was mich bei dem Frankfurt-Ansatz gestört hat, bei diesem Wünsche-Kompatibilismus, dann sieht die Sache hier schon viel besser aus. Denn in der Tat, Gründe als solche sind nicht kausale Entitäten, anders als Wünsche. Gründe sind nicht kausale Entitäten, sondern wirklich ursprünglich rationale Entitäten. Logische, mathematische, moralische, prudenzielle. Das heißt, ich habe etwas nicht Kausales in der Suppe. Aber das Schöne ist, eine Bestimmung durch Gründe muss die Bestimmung durch Ursachen nicht unterbrechen. Ich muss jetzt kein Libertarier werden und sagen, also entweder frei oder kausal oder frei statt kausal, sondern so eine rationale Bestimmung kann zur kausalen Bestimmung hinzukommen oder vielleicht gerade durch bestimmte kausale Bestimmungen funktionieren. Und damit kann ich Kompatibilist bleiben. Ich kann sagen, dann sind wir nicht nur kausal, sondern auch autonom. Jetzt kann ich diese Formel wirklich benutzen. Ich muss das Kausale nicht unterbrechen, aber ich bekomme etwas nicht Kausales hinzu. Das meint ja diese Formel. Das ist eventuell genau das, was wir für eine kompatibilistische Willensfreiheit gerne hätten. Gut, also sieht jetzt aus meiner Perspektive irgendwie gut aus. Aber damit es wirklich klappt, sind einige Richtigstellungen nötig. Gerade auch gegenüber vielen Anhängern so eines Gründekompatibilismus. Und das werden die wesentlichen Thesen der kommenden Vorlesungsteile dann sein. Und es sind drei Richtigstellungen, die mir dann besonders wichtig sind. Erstens, damit das wirklich klappt, damit diese Gründe keine kausalen Entitäten sind, darf man sie nicht als psychische Größen verstehen. Da sind sich auch die meisten einig. Gründe sind nichts Psychisches. Aber ich darf sie auch nicht als soziale Größen verstehen. Und das tun viele. Ein Wittgenstein, ein Sellers würden letztlich sagen, Gründe sind was Soziales. Dann fürchte ich, bleiben sie was Kausales. Damit sie wirklich nicht kausal sein, muss ich sie wirklich platonisch verstehen, als platonische Entitäten. Dafür werde ich dann versuchen zu argumentieren. Zweitens, wenn ich jetzt so einen Kompatibilismus baue, dann darf der sich nicht auf einen Dualismus von Perspektiven beschränken. Demzufolge ich eine Handlung in einer Perspektive als durch Gründe bestimmt und damit als frei ansehen kann, in einer anderen Perspektive als durch Ursachen bestimmt und entsprechend als unfrei. So machen das aber viele. Diese Perspektiven-Dualismen haben wir bei Kant, bei Wittgenstein, bei Sellers. Vielmehr glaube ich, man muss den Mut haben zu sagen, dass Gründe und Ursachen in freien Entscheidungen und Handlungen eben beide ontologisch da sind. Perspektivenunabhängig. Das Zweite. Und das Dritte, worum es gehen wird, wir müssen irgendwie zeigen, dass und wie Gründe unser Entscheiden und Handeln wirklich bestimmen können. Wie die wirksam werden können in unserem Denken und Tun. Obwohl sie ja selbst keine Ursachen sind. Und das ist schon eine prekäre Kombination. Etwas nicht Kausales soll irgendwie doch wirksam werden in uns. Wie das funktionieren sollte, glaube ich, da sagt kaum jemand was dazu. Bei Kant finden Sie so ein paar Anmerkungen, wie das laufen könnte. Aber das werden wir vertiefen müssen, denn nur so kann Freiheit neben Kausalität wirklich Bestand haben in der Welt. Und darum muss es ja gehen. Und das sind wirklich drei provokante Thesen, mit denen man sich keine Freunde macht. Aber dafür ist Philosophie auch nicht da. Manchmal muss man seine Väter töten, manchmal muss man seine Schwestern ärgern oder zumindest kitzeln. Und das muss ich dann eben tun. Hier die Literatur für die heutige Sitzung. Das war es für den heutigen Vorlesungsteil. Vielen Dank soweit.